Meine sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Innovationen im digitalen Bereich erlebt. Innovationen, die unser Leben einfacher machen sollen, die Produktionsprozesse schneller und effizienter machen. Wir erleben, dass sich die Zeitabstände, in denen neue Produkte, digitale Produkte auf den Markt kommen, verkürzen. Der heute gekaufte Computer ist beim ersten Anschalten ja fast schon wieder überholt. Eigentlich toll, so eine Entwicklung. Ständig gibt es neue Ideen und immer neue und noch bessere Entwicklungen. Die Digitalisierung, der Einsatz neuer Technik, neuer Verfahren bei Entwicklung und Produktion hat sehr viel Gutes hervorgebracht. Denken wir nur an die Medizintechnik. Was ist in diesem Bereich heute schon alles möglich? Oder auch im Automobilbereich. Denken wir an die Sicherheitstechnik in den Fahrzeugen, die schon so manches Leben gerettet hat. Innovationen haben in der Vergangenheit und werden in der Zukunft unser Leben und unsere Arbeitswelt weiter verändern. Veränderungen erzeugen häufig Unsicherheiten. Routinierte Abläufe verändern sich. Die Digitalisierung verändert Gesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen. Das ist unbestritten. Sie revolutioniert klassische Geschäftsmodelle. Sie krempelt komplette Branchen um. Sie bringt neue Produkte und Dienstleistungen und neue Produkt- und Logistikketten hervor. Viele Menschen befürchten durch die Digitalisierung ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Und zu einer ehrlich geführten Debatte gehört es zu sagen, ja, es wird Veränderungen geben. Und ja, manche Tätigkeit wird wohl in Zukunft verstärkt von Maschinen ausgeführt werden. Aber auch in Zukunft wird der Mensch gebraucht, nur anders. Und hierfür wollen und werden wir Unterstützung geben. Wir wollen und müssen die Chancen der Digitalisierung nutzen und die Herausforderungen gemeinsam mit Wirtschaft, Wissenschaft, Sozialpartnern und der Politik natürlich angehen. Damit Deutschland wettbewerbsfähig bleibt. Es gibt eine ganze Reihe von Fragen, denen wir uns widmen müssen. Wie müssen unsere Berufsbilder in Zukunft aussehen? Wie können neue Arbeitsformen aussehen? Welche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen braucht es, damit es am Ende keine Digitalisierungsverlierer gibt? Wie wird die Arbeitszeit gestaltet? Welche neue Maßnahmen braucht es bei der Gesundheitsprävention? Daher brauchen wir die Antworten von den Arbeitsforschern. Und die Leitfrage ist, wie sieht die Arbeitswelt von morgen aus? Und wie können wir uns optimal darauf einstellen? Meine sehr geehrten Damen und Herren, seit 1974 hat der Bund Programme zur Arbeitsforschung auf den Weg gebracht. Und dabei technologische, wirtschaftliche, organisatorische und soziale Aspekte berücksichtigt. Und auch deren Beitrag zu Innovationen in den Blick genommen. Das ist auch weiterhin der Fall. Und das wird im Besonderen auch im Haushalt des Bildungs- und Forschungsministeriums deutlich. Ein Rekordhaushalt mit über 16 Milliarden Euro. Darauf wurde von dieser Stelle aus ja bereits mehrfach hingewiesen. Ich möchte es dennoch nochmals ausdrücklich tun, da diese Rekordsumme unterstreicht, wie sehr diese Koalition in die Zukunft unseres Landes investiert. In die Menschen, die hier leben, in den Rohstoffgeist. Vielen Dank auch an unsere Haushälter von dieser Stelle. Wir haben eine Milliarde Euro, es ist schon angesprochen worden, für das Programm Innovationen für die Produktion und Dienstleistung von morgen zur Verfügung. Und ich möchte verdeutlichen, dass wir eben beide Seiten fördern. Die Entwicklung von Technik, die Förderung von Innovationen auf der einen Seite, aber auch die Auswirkungen auf den Menschen, auf die Gesellschaft auf der anderen Seite. Im vorliegenden Koalitionsvertrag geht es gerade um die Veränderungen in der Arbeitswelt, in der der Mensch die wichtigste Rolle spielt und dies auch weiterhin tun soll. Zentraler Treiber der Digitalisierung ist die Technik. Aber diese Entwicklung hat eben nicht nur eine technologische Komponente, sondern auch eine menschliche. Sie hat weichreichende Auswirkungen auf die Arbeitswelt 4.0 und auch auf unser Miteinander. Darauf brauchen wir Antworten. Und ich bitte um Unterstützung für unseren Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Michael Gerdes, SPD-Fraktion.